Hallo, mein Name ist Musruka Bianca. Ich bin vom Salon Hundewohl. Den Salon Hundewohl habe ich vor einem Jahr in Hohenems eröffnet und ich freue mich riesig auf Sie und Ihre Lieblinge. Nichts geht über ein fröhliches und glückliches Wedeln Ihres Hundes. Ihr Hund wird sich bei mir wohlfühlen, weil ich von Ihnen weiß, was er liebt und wie ich ihn verwöhnen kann. Und nichts geringeres hat Ihr Hund verdient. Ihr Hund wird sich bei mir wohlfühlen, weil der Salon großzügig eingerichtet ist und Entspannungsmusik speziell für Hunde Ihren Liebling erwartet. Ihr Hund wird sich bei mir wohlfühlen, weil ich ohne Druck arbeite und für Ihren Hund genügend Zeit einplane. Für Ihre Lieblinge habe ich drei große Wellnesspakete hergestellt. Suchen Sie sich eines aus. Ich freue mich auf Sie. Rufen Sie mich an. . Weitere. Schraub name, der inhale füresta swege. Wirklich. Lük�� an die